Ja. Ja. Ich hab auch schon mal gelegt ob ich vielleicht ein Steindach besser hätte wie hier. LOL! Ein Hexenhaus! Hallihallo und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play von Minecraft. Devilcraft mit dabei sind einmal der Krieger Stahl. Hallo! Und der Doggyman1. Hallo! Oh man kann seitlich gehen mit dem Pferd. Das sieht so scheiße aus. Wo seid ihr gerade? Hallo ich sehe scheiße aus. Wo seid ihr? Wir sind mit unseren Pferden unterwegs. Wollen wir nicht mal zurück gehen? Der Hund der da sitzt? Ja lass mal zurück. Ist das dein Hund der hier sitzt? Krieger Stahl. In deinem Pferd habe ich nämlich auch Kartoffeln angepflanzt. An den Flächen. Ja es war einer. Cool. Wir brauchen Möhrchen. Oder wollen wir noch weiter suchen? Achja wir wollten ein NPC-Dorf finden. Wir kamen glaube ich aus diesem Wald da hinten oder? Aus dem Fichtenwald. Alter. Wir können ja noch ein bisschen in diese Richtung aus. Es ruckelt hier immer noch so. Ja der generiert die Map noch deswegen. Ja das ist. Man kann das dann nicht erkunden denn sondern das mal ruckeln. Ja. Oh scheiße. Wenn man einmal überall war ist das glaube ich weg ne? Ja könnte sein. Müssen wir die ganzen Map eben erforschen. Mein Pferd hat eben gerade einen halben Schaden bekommen. Oh. Wenn man auf dem Pferd ist ist die Abbau dauert etwas länger. Alter jetzt komme ich ja auch höher. Nicht entlang. Ja und. Bin müde aber das soll man mir nicht anmerken. Oh dann ist nochmal ein Plains Biom. Ich glaube diesmal verwuschel ich mich hier. Ich weiß nicht wo ich lang muss. Okay. Ich bin jetzt auf so einem Plains Biom bei ganz vielen Schweinen. Ich glaube da bin ich schon mal vorbei. Also ich will gerne Schweine züchten die bringen immer so sauviel Fleisch. Ja ich würde gerne Kühe züchten weil dann bekommen wir halt auch Leder und dann. Ja haben wir ja schon. Müssen wir nur füttern. Ja wir brauchen halt Karotten für die. Woah. Wenn der da kann dann mach ich uns ne Gold fahren. Scheiße. Kann doch nicht so schwer sein ein NPC Dorf zu finden. Hm das ist wohl schwerer als wir uns gedacht haben. Ach. Da ist ein Kürbis. Aber ich nehme einfach den Kürbis aus der Gemeinschaftstruhe. Das habe ich gerade in einer Folge gesehen. Ich habe auch einen rausgenommen. So hier ist Eisen. Nehme ich mal mit. So ungewohnt wieder mit einem neuen Texture Pack. Welches hast du? PaperCut. Hi cool das ist eine schöne Kürbis. PaperCut das kenne ich glaube irgendwo ja. Ja ähm guckst du German Let's Play? Habe ich mal teilweise. Der verwendet es in Aura. Ah. Zumindest so ein Teil davon. Der hat sich selber daraus. Ne äh der hat es von Pixel Wolf. Ja der hat ihn drauf. Hm. So. Guck bei Aura gucke ich immer Zombie. Ah ok. Ja der hat aber glaube ich ein anderes. Ah. Ich weiß aber nicht welches das ist. Der PaperCut. Zombie hat auch PaperCut? Zombie hat er das als erster. Ja dann weiß ich welches das ist. Ok. Relativ simpel ne. Ey ne oder ich glaube ich bin im Kreis gegangen. Ich bin jetzt hier bei eurem Aufstieg. Sei froh ich hab mich irgendwo verwurschtelt. Aber kann sein dass hier ein NPEG Stop ist oder ich noch nicht. Na toll. Kann ich noch schreiben. Ähm von was? Von. Vom Spawn ja gerne kannst du schreiben aber ich werde wahrscheinlich eh noch. Ey hier ist Eisen. Das wäre nicht schlecht. Ey eine Frage. Oder war schon wieder der Wellensittich. Wer hat da eigentlich den Kackstift weggemacht? Ich nicht. Der schöne Kackstift. Wie kann man nur? Also ich nicht. Man kann es auch gerne in meiner Folge gucken. Ich weiß nicht. Ich werde mir das genau angucken. Ja ich glaube das ist aber auch so. Jetzt für die Koordinaten. Ah das ist äh der Spawn? Ja. Cool. ETF mein Hund stirbt. Nein. Hund. Wo sind meine Hunde? Ich glaube meine Hunde sind nicht hinterher gekommen. Hund. Hund. Ich glaube meine sind verschollen. Nein Hund. Die sollen auch vorher sehen. Ich weiß es nicht. Die sind nicht hinterher gekommen. Die sind wahrscheinlich in irgendeinem Jump. Oh mein Hund hat überlebt. Aber ich habe kein Fleisch um ihn zu ernähren. Riesige Plains aber kein Dorf. Ja du brauchst äh Gammelschleisch. Ja eben. Das habe ich ja eben nicht. Auch Hund. Da ist wie ein Hund. Aber ich habe dir alle Knochen gegeben. Hätte ich ja auch wiedergeben können. Ich habe ja noch eins. Ist egal. Ich hatte eigentlich zwei und die sind jetzt weg und ja. Okay. Ich möchte auch nicht mit dem Pferd nach Hause schleichen. Ist auch irgendwie blöd oder? Ja. Vielleicht gehe ich da mal wieder hin und mache ein Portal und schiebe sie ins Portal. Das ist glaube ich leichter. Genau. Das sind ganz viele Kühe. Die kann ich mir mal holen. Abschlachten. Ich weiß gar nicht ob ich hier richtig gehe. Oh hier ist wieder Eis von der Hunde. Und jetzt bekomme ich das Achievement. Alter. Oh lol. Da brennt's. Warum brennt der Wald? Oh oh. Ist das vielleicht ein Lavasee? Keine Ahnung. Inspektor Devil. Guckt der gerade mal nach. Da stand gerade eine Hexe im Wald. Ja da ist ein Lavasee. Ne lebt Kuchenhaus. Ne lebt Kuchenhaus leider nicht. Spink schon. Spink schon. Spink schon. Ich bin wieder da. Ohne auf die Koordinaten zu gucken. Bin ich jetzt cool? Ja. Dankeschön. Das brauche ich für mein Ego. Komm schon. Reiter. Ich ne. Schnell wie der Wind. Boah alter. Jumper hüpft aber auch wirklich. Das war nicht übertrieben. Wie bekloppt er. Ein XP. Oh ist ja schon wieder fertig gewachsen hier. Boah hast du das für ein riesen Haus. Alter Schwede. Das ist ja voll das Ferienhaus. Das ist schön. Schön geworden. Interniert. Ja. Ich hab dich gesehen. Auch im Haus. Brauch auch noch Holz. Mal beim Suchen. Komm schon. Komm schon. Ich hab Flieder. Jetzt hab ich eine nächste. Das ist doch Pfingstrosen. Was kann ich für dich tun? Ich hab die Hühner auch vermehrt. Das ist gut. Deswegen war da ein XP. Ah wo tue ich denn mal die Pfingstrosen hin? Wo sieht das gut aus? Vielleicht am Spawn? Oder hier so? Hm. Oh wieder ein Plämbiom und riesige Schlucht und Sumpf. Ah. Tu die einfach mal hier hin. Vielleicht hast du ganz viele Kühe. Okay. So dann sammel ich mal Holz. Nein Kuh. Stirb. Nicht die Kühe töten. Die sind doch lieb. Egal. Ich brauch das Leder. Wir brauchen das Leder. Wir wollen das Leder. Wir wollen doch verzaubern. Ja das wollen wir. Stefan ich hab gesehen. Du hast ein schönes Buch. Ich hab ein schönes was? Ein schönes Verzauberungsbuch. Ja hab ich. Zick zick zick. Sehr schön. Töter hier alle durch. Oh cool. Schon wieder in der Rung geschafft. Alter. Okay komm komm. Gebt mir all eure XP. Warte wie mach... Ach zu. Nur ein Esel konnte ähm... ne Kiste haben oder? Mag mich nicht. Jetzt hab ich das verstanden warum man XP kriegt bei Nachzucht. So ich hab mir jetzt auch die ganze Folge Holz. Träfantastike. Du kannst mir dann gerne was abgeben wenn du möchtest. Alle sind zu scharf auf Holz. Eigentlich könnte man das als Währung einführen. Ja Holz ist ja auch was man eigentlich am meisten braucht. Ich glaub wenn man in meinem Haus einmal einen Brand anzettelt ist das Haus weg. Ja. Ich hab auch schon mal überlegt ob ich vielleicht ein Steindach besser hätte hier. Ein Hexenhaus. Komm schon. Aber du hast jetzt ja gesehen wie groß mein Haus ist und das ist alles aus Holz. Mhm. Irgendwie 8, 9 arbeitsschluss Holz fest. Ich hab ein Hexenhaus und dann können wir uns hier einen Hexenspawner hin machen. Hexenspawner? Spawn die nicht in ihren Hütten? Ich weiß noch nicht genau wie das ist aber ja ich glaub die Chance ist da erhöht. Weiß ich aber nicht. Ich schätze das mal. Hat jemand einen Redstone das er mir schenken möchte? Also bei mir ist Redstone ganz normal. Nehmen wir einfach. Dach mal so wir sind ja eine Stadt wir können ja zusammen halten. Ja. Ach ist fertig. So jetzt hab ich schon 58 Holz sieht ja schon mal ganz gut aus. Mein Apfel. Brauchst du Half selbst oder ganzes Holz? Weiß ich noch nicht. Ich mach jetzt erstmal nur Treppen. Und ich mach auch das Dach noch nicht ganz spitz. So. Darf ich mir ein bisschen Redstone nehmen? Oh dann mach ich's ganz spitz. Ich zeig mal schnell hier die Koordinaten und dann kann ich mir die immer wieder ansehen. So. Oh je nach hinten kann ich gar nicht mehr gehen. Ich suche jetzt einfach die ganze Folge. Aber ich muss das Haus gar nicht größer machen. Das ist echt groß genug. Was machst du die ganze Folge? Ich suche die ganze Folge jetzt ein NPC Dorf. Ich hab's gerade aufgegeben schon. Ja. Abel. Du hast mir zwei Minuten gesucht. Oh. Sehr sehr lang auf jeden Fall. Ach. Oh. Da hat einer Treppenstufen. Über. Aus Holz. Aus Holz? Ja. Ja cool. Guck mal in meine Küste rein. Aber das sind ganz wenige. Die hab ich nämlich selber noch gebraucht. Nehme ich. Nehm alles. Was ich zusammenschnorren kann. Komm ich bleib erstmal bei der Hausgröße. Ich mein ich hab ja genug Platz für alles. Also ich so. Ich hab den so Kopfzeug. Mal grüßern kann man ja immer noch. Ich will nämlich auch mal Diamanten finden. Für ne richtige Ausrüstung. Aber wenn ich das richtig verstanden hab. Geht's ja darum eine große Stadt zu bauen. Neh? Baut man dann auch mehrere Häuser? Ja klar. So. Ja dann würde ich sagen. Das hier ist mein Wohnhaus. Und dann baue ich irgendwie berufsmäßig was. Ja. Sonst baue ich noch mehr Treppen. Boah. Sogar auch kann ich auch schon wieder abbauen. Verdammt es wird Nacht. Boah. Also mich stößt das immer nicht. Auch nicht. Verdammt wo ist mein Hund? Hunde in der Höhle und Farbe kurz. Hunde in der Höhle und Farbe kurz. Hunde in der Höhle und Farbe kurz. Den habe ich ins Tierheim gebracht. Mein Hund ist weg. Warum? Der sah gefährlich aus. Und herrenlos. Oh ne Kartoffel gepflanzt. Ich erkenne das sofort. Vielen Dank für die Kartoffel. Ich glaube wenn ich eine Getreidemaschine bauen will brauche ich bestimmt mindestens drei Folgen. Nö eigentlich nicht. Nö eigentlich nicht. Nichts was ich bauen möchte aber das ist so lange. Ja man dürfte auch aufs Glut fahren aber. Ich verstehe Stefans Grunde warum nicht. Ja. Okay ich finde auch kein NPC Dorf. Oh wir könnten vielleicht eins finden wenn wir im Neta ein Portal bauen. Ja. Da hoffe ich nämlich so auf ein Ding so. Das hat Leben-Biom. Oh du hast ein Leben-Biom gefunden? Nein. Wenn wir das machen dann würde ich so auf ein Leben-Biom hoffen. Achso. Das sind selten ne? Ja deswegen. So jetzt habe ich schon wieder das Getreide gehabt. Jeden Tag. So warte welche Koordinaten waren das nochmal? X81 Z301. Scheiße. X81 bin bei 1300. Na du möchtest du einkommen? Ja Stefan. Take it. Will er nicht. Komm nicht ran. Achso haben sie schon. Okay. Spring hoch. So ja dann fütter ich die Kühe nochmal. Oh da ist ja jemand. Guten Tag Herr Zombie. Zombie. Zombie oder Zombie? Zombie. Wenn Zombie hinkäme das wäre ja schon krass. Ja. Richtig. Richtig nice. Fütter hier mal einfach alle durch. Oh Gott. Das sind das diese Zombies. Ach. Was ist denn das denn mal? Kommen die denn her? Ist das hier Apokalypse oder so? Ja. Ich denke. Achso. Lol. Sind hier viele Pflanzen. Äh. Cool mit. Doch. Ja. Mit Stärke 1 Bogen brauche ich nur zwei Pfeile von Creeper. Piepala. Quatsch ich klop hier alle weg. Ich bin aggressiv. Aggressiver Stahl. Man kann da irgendwie alles vorsetzen vom Stahl. Ich finde das gut. Ja. Oh. Hallo Creeper. Creeper Stahl. Oh da ist was geplatzt. Ja das ist ein Creeper. Dass ich nur lebe. Ja Puff gemacht. Äh. Kann es sein, dass ich in Forest ziemlich viele Runde immer sind? Ja. In Pflichtenwildern. Dann reite ich mal hier durch. Und da sind es ja noch Wölfe, Stefan. Oh mein Kakao wie kalt. Da ist doch scheiße. Der ist jetzt der Hammelfall. Lala leisch. Das hat bei mir noch gar nicht die neue Textur. Lala leisch. Ah. Hast du jetzt eigentlich Redstone genommen? Übrigens, ich hab noch... Ja, ich hab auch nicht drin. Okay, ja, du kannst auch einen ganz Schlot nehmen. Ich hab noch weiße Wolle von dir, Devil. Ja, okay. Ja, Alter. Alter, frechdeugs. Ach, stimmt ja, wo ich die doch geschert hab und du da so vorbeigeritten bist wie so ein Irrer. Ja, ich hab kein gelernte Nervensick. Oh man, da guckt ein scheiß Gelett rein. Guck dich so. Geh weg. Oh, ich bin gleich zu Hause. Ey, juck das gleiche, das ist nicht genau. Da ist es schon, das Gebilde von Leon, glaub ich. Das ist wohl Ophi. Das wundert mich echt, der Leon, der hat noch keine einzige Folge hochgeladen. Ähm, ja, alleine hat er gespielt, hab ich wohl gesehen. Ja. Ach nee, Leon. Nee, Leon nicht. Ja, Leon. Ich mein den Dingens. Hit-Doom-Block. Ja, den meinte ich. Was wollte ich jetzt überhaupt? Ach ja, Treppen. Mist. Nachts das Dach decken. Da muss ich irgendwie mal gucken. Ja, der Dachdecker. Mitten in der Nacht. Stürb der Nachtdecker. Ja. Hardcore Dachdecker. Hm. Das ist ne Hexe. Tagsüber ist doch ein bisschen weiche Eier. Oh nein, ein Skeletto. Hallo. Ein Fortstück. Weißes Zeug. Ähm, ich stell mein Pferd mal hier in den Hühnerstall, ne? Jawohl. Meinst du, man kann's ja unterscheiden, weil... Ja, ist ja dunkel. Deins ist hell und meins ist dunkel. Oh, ich dachte schon, ich wäre ein Kripphalle. Aber du bist das. Shit, ich brauche ja Essen. Mein Haus sieht schon aus wie ein Haus. Juhu. Ja. Muss da irgendwie drauf kommen. Ich habe auch noch Getreide im Haus, wenn du Hunger hast. Äh, ne, ne. Ich brate mir jetzt einfach hier die 50 Fleisch, die ich jetzt gesammelt habe. Ich brate mir jetzt einfach ein Storch. Oh, und das hier, warum ich eigentlich warmen wollte? Oh, es regnet. Das ist schön. Ich finde das immer gemütlich, wenn man zu Hause ist. Ich bin ja leider nicht zu Hause. Ich bin ja hier im Anfangshaus. Achso. Achso, da wollte ich mir auch einen Kürbis noch schnappen. Genau. Du hast Zombies auf dem Dach, Doggy Man. Ich weiß, ich mache halt eine fette Hausparty. Ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Da kannst du wirklich eine fette Hausparty machen, weil es ist ja ein fettes Haus. Na, die geht jetzt nicht in mein Haus. Das hat auch gefühlt. Na okay, tut mir leid. Dein Haus hat ein paar Funde mehr. Oh, vielleicht kommst du dir rüber und steck dich. Das ist doch mal ein aggressives Haus. Ich darfst du mit Hausparty meinst du die Musikrichtung? Ähm, wollen wir vielleicht pennen gehen? Warte. Ich habe Angst vor pennen gehen, dann kriege ich wieder Albträumung. Lieber nicht. Ich schlaf nicht mehr. Schlafen ist was für Weiche. Ja, ja. Keine Harte, Alter. Äh, flüssig. Oh ey, jetzt haben wir jetzt. Lass doch mal die Scheiße. Na gut, wenn du unbedingt schlafen willst. Jetzt bin ich gerade wieder weggegangen. Klasse. Ja komm, wir machen jetzt einfach die Nacht durch. Boah, wir sind richtig harte Typen. Ja. Richtige Gangster. Wir sind Bubis. Ich bin ein echter Gangster. Boah. Ich bin ein ganglister Gangster. Oh, da kämpft jemand gegen ein Zombie. Der Zombie hat verloren. Easy. Oh, Skelette. Ich brauche Knochen. Ich kann von hier oben alles beobachten. Der Kommentator. Glück, Kommentator. Oh nein, ich habe zwei Bretter beieinander gebaut. Ist doch scheiße. Ich glaube, da kommen noch ein paar Gäste. Ich habe Bock, Glas zu benutzen, aber ich lasse es lieber. Warum denn? Gäste sind angekommen und wir sind ganz schön aggressiv. Also jetzt sind hier noch richtig viele Zombies. Das geht nicht, weil ich die ganze Zeit halbe Dinger nehme. Und dann jetzt so Glasblöcke rein. Warum gibt es eigentlich keine halben Glasdinger? Keine Ahnung. Freue ich mich auch. Das ist doof, finde ich. Ja, Glas Treppen ist ja noch cooler. Boah. Das wäre echt cool. Sieht es eigentlich aus. Haben wir schon drei Stunden voll aufgenommen jetzt? Äh, ja. Nee, warte, wir sind bei... Halben Stunde ist okay. Bei 20 Minuten. Ja, wir sind... Nein, wir sind schon länger als 20 Minuten hier auf dem Server. Nein. Ja. Ich weiß es nicht. Wie muss ich denn jetzt glauben? Ja, wir haben noch ein Viertel vor angefangen. Ja, wir haben... Haben wir? Es ist auf jeden Fall ein bisschen nach 20. Also... Alter. Ja, dann... Ja, noch fünf Minuten würde ich dann sagen, oder? Ja. Ich habe da noch keiner so... Gaming Kitty, die hat glaube ich so eine Ente, die macht Quark Quark nach der Zeit. Das ist doch cool. Ja. Ich glaube auch sowas. Ich hatte mal eine Eieruhr, aber die hat die ganze Zeit getickt. Das war auch scheiße. Okay. Oh, ist mein Glas fertig? Guck mal, ich habe ein richtiges Dach, ey. Ich bin stolz, stolzer Hausbesitzer. Wow. Ich habe kein Holz mehr für eine Tür. Müssen wir einweihen. Warte, ich... Mach ich denn da? Ja, Einweiungsfeier. Cool, ihr seid alle einweihen. Eine Türfarbe möchtest du denn haben? Gibt nur Brot. Was für eine Türfarbe hättest du denn gerne? Ach ja, die kann man auch in verschiedenen... Ich habe... Ich überlege, ob ich überhaupt eine Tür mache. Das wäre dann nur für hier zwischen den Räumen. Also das Haustür habe ich. Ich schenke dir ein. Ja, du kannst mir irgendeine schöne Tür schenken. Aber ne, ich glaube, Eiche würde am besten passen. Hier. Da. Wo bist du denn? Ach da. Die Tür durchs Fenster. Das ist ja Birke. Ja. Na gut. Das sieht ja lustig aus. Ach so. Das war also die Tür bei Gaming Kitty, wo ich dachte, das ist eine komische Textur. Das sind die verschiedenen Holztüren. Okay. Ja, bei meiner Textur ist das scheinbar noch nicht. Ich habe, glaube ich, Prä-Version von Herr Sommer. Okay. Gibt es da überhaupt schon die fertige? Keine Ahnung. Könnt sein. Ich brauche Glas. Boah, geiles Haus habe ich jetzt. Kann es sein, dass Beatum-Block noch keinen Dingsbums hat? Äh, keinen Aufstieg? Von seinem, von seiner Farm? Aufstieg? Keinen Ausgang. Achso, keinen Ausgang. Ne, hat er nicht. Oh. Ich mach dir mal die Erde weg. Echt, Ivan? Hallo. In den Fällen. Volk, wer? Das war jetzt verkehrt. Ich glaube, ich muss so machen. Ein wildes Doggy-Man. Da brauchst du Meister bei, sonst hast du keine Chance. Alter, hör auf mich zu schlagen. Hast du die Tür gesehen, die ich dir geschenkt habe, Stefan? Ja, die hast du falsch angesetzt. Hast du dein Haus gesehen? Echt? Ja, ich hab dein Haus gesehen. Genutzt EP Tyler. Äh. Willst du hier irgendwas schreiben? Was? Wieso schreiben? Herrlich. Nein, willst du hier irgendwas schreiben? Ne. Ihr müsst noch, ihr müsst noch Schilder vor ihr Haus machen. Oh ja, stimmt, stimmt. Damit man weiß, wer da wohnt. Warte, hab ich noch ein Schilder? Ich hatte doch... Komm, ich hab doch noch Schilder. Ne, das dauert mir zu lang. Ich mach mir schnell eins. Oh, ich fütter die Tiere nochmal. Krass. Drei Mal in einer Folge die Tiere gefüttert. Mein Pferd steht hier in seinem Dirt House. Oh. Man kann ja irgendwie auch die Babytiere machen, dass sie schneller größer werden, ne? Wenn man die füttert, kann das sein. Dankeschön, ne Idee. Ja. Äh, keine Ahnung, kann so sein. Hast du gerade die Kühe schon gefüttert, oder? Ich nicht. Gut, dann mach ich hier mal weiter. Puh, die sind ja alle auf dem Haufen, ey. Die machen ja alle einen Haufen. Ich brauch mehr Wolle. Mehr Schafe. Zack. Ein hochprofessionelles Gehege ist das hier. Auf jeden Fall. Ey, da ist doch Weizen fertig, das kann man doch mal ernten. Was ist das hier für ein blöder Zombie? Kusch, hier wird nicht gebadet. Und Möhrchen wäre jetzt gut gewesen. Du guckst das... Vertikal nach unten. Da kommt ein Kriegerspräumer ein. Wie, was? Was ist bei mir? Achso, mein Einbrecher? Ja. Achso, äh, Magie in meinem Schlafzimmer. Oh, ein Bandit. Boah, der ist zu blöd. Sag mal, mach... Boah, das ist ein raffinierter Bandit. Ich hab nichts gesehen. Macht Beat Doom Block eigentlich noch was, oder? Ich weiß nicht. Weil es ein Feld ist von einem Monster in meinem Haus. Das ist die Strafung. Guck, so ein Scheiße, wie sie vor sich trafen. Oh, Sand. Doggy Man, gib mir mal Glas, bitte. Du hast bestimmt was überwetten. Ja. Dienste wusste ich das. Der hat ein fleißiger Junge. Der hat ein Haus. Was für? P auf den Hut. Boah, hat Paulus. Ein... Normalfarbiges. Ganz wenig noch. Du hast dein Pferd ja eingeerdet. Das ist doch die Lung des Pferd. Ja, das ist schön. Du hast nichts gesehen. Okay. Die Gewalt hat immer geschenkt. Oh, was denn? Klasse. Das sieht nicht so lecker aus. Oh, die Kartoffeln sind wenig. Ist ja geil. Die ganze Zeit, wenn du die Tür aufhustest. Angst. Verdammt. Zwei Kartoffeln. Geil, mein Haus ist schon bewogenbar. Ich weiß nicht. Stefan, ich brauche mal deinen Haken. Äh, warte, ich höre dich gerade sehr, sehr schlecht. Ich bin gerade in den ganzen Tieren eingeengt. Warte, ich komme gleich. Um Gottes Willen. So, noch vier Fenster und mein Haus ist dicht. Fantastisch. Die Birkenholz-Typ passt hier nicht wirklich rein, aber das ist mir scheißegal. So, jetzt... Die Folge ist... Jetzt kannst du mich was fragen. Ist die Folge jetzt voll? Ich brauche ein Rad bei meinem Haus. Ja, ich denke, die Folge ist jetzt gleich voll. Stefan. Ich brauche ein Rad bei meinem Haus. Ja, ich bin doch schon da. Chill your life. Ich spiele Stalker. So, wo bist denn du? Dir merkt... Ja, wo geht's denn hier rein? Hier vorne. Hö? Ich habe den Eingang sofort gefunden. Guck, der hat auch einen Hintereingang. Ey, das ist meine Küche hier hinten. Voll die geile Bude, ey. Kannst du voll Walzer tanzen, so viel Platz ist hier. Soll ich hier noch Glas reinmachen, weil ich möchte hier nämlich die Treppen nach oben machen und nach unten? Was machst du da, Stefan? Ist das eine Piste? Ja. Ja, ist es. Ich kann euch mal zeigen, was das ist. Das ist Secret Beleuchtung. Oh, toll. Ah, da scheint Licht durch, oder wie? Ja. Ja, cool. Da habe ich heute wieder was gelernt. Stefan. Hm? Du hast mich doch gar nicht mehr gefragt, Leute. Ja, dann frag doch endlich. Hab ich das schon gemacht? Was denn? Die Folge ist rum. Soll ich hier Fenster hinmachen oder nicht, weil ich hier Treppen machen möchte? Ey, wir müssen das bespracken. Ey, dann würde ich da nicht Fenster hinmachen, sondern halt hier so eine Glaswand hier. What? Komm mal auf, die Bretze. Oh nein, der ist wieder aggressiv. Hier. Katsching. Oh, da werden Hühner gezaubert. Ey, hier. Jetzt gibt's hier die. Oh nein, krasse Battle-Action. Ich geh lieber nach Hause. Ich auch. Tschüss. Der ist mir zu gewalttätig. Ich bin immun gegen deine Blumen. Ah, ich hab nen Hund am Arsch. Schnell weg. Der gehört aber nicht. Ich hab'n die Katsche. Nicht, nicht, nicht hauen. Ich geh jetzt ins Bett. Okay, hiermit beende ich die Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ihr auch schon soweit seid. Ja, gleich. Also, ich beende mal. Okay. Tschüss. Du müsst auch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Jetzt bis am Ende in Großaufnahme. So, ich beende. Ich beende jetzt auch mal. So. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.